Hallo, heute gibt's mal wieder einen Kurztipp. Und zwar hatte ich vor kurzem einen defekten Sony Blu-Ray Player hier, der sich nicht mehr einschalten ließ. Also der absolut kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben hat. Und ja, wie man hier schon sieht, waren es zwei Schottky-Dioden im Schaltnetzteil, die defekt waren. Ja, beim Wechsel sollte man darauf achten, dass die Dioden natürlich richtig rum eingebaut werden. Also die Markierung an der Diode zeigt zur Seite mit dem Strich beim Platinenaufdruck. Ja, hier sieht man das mal, da saßen die beiden, da ist der Strich und ja, hier ist die Markierung an der Diode. Und ja, dann sollte man auch noch darauf achten, dass man die Beine der Diode abwinkelt, ja, damit die auch festsitzt und sich nicht selber auslötet, falls die mal im Fehlerfall sich stark erwärmt und so vielleicht einen Kurzschluss verursachen könnte. Ja, hier sieht man auch schon die Isolation unten, die darf man auf keinen Fall vergessen, mit diesem blauen Strich, diese Kunststoffkarte und ja, hier ist das Netzteil schon wieder eingebaut und die Verbindung mit dem Kabel zur Hauptplatine muss man natürlich auch wieder herstellen. Ja, und wieder sicher und fest einschrauben, damit die sich nicht bewegen kann. Ja, das gleiche gilt auch für die Zugentlastung hinten, die muss auch wieder richtig eingesteckt werden und auch oben die Isolationskarte, sag ich mal, die muss natürlich auch oben wieder diese Abdeckung drauf gemacht werden, dass da kein Bauteil irgendwie das Metallgehäuse berühren könnte. Ja, dann testen wir das Ganze mal und wie man sieht, lässt sich wieder einschalten, funktioniert wieder alles. Ja, jetzt prüft er eben, ob eine Blu-Ray eingelegt ist oder DVD und zeigt dann keine Disc, weil eben keine eingelegt ist. Bildschirmausgabe funktioniert auch. Wie gesagt, wer auch ein Problem mit seinem Blu-Ray-Player hat, mit seinem Sony, mit diesem Modell, kann ja mal nachgucken, ob es bei ihm auch an den Shotky-Dioden liegt, einfach mal mit dem Messgerät durchmessen. Aber wie gesagt, auf eigene Gefahr und auf jeden Fall immer vorher Netzstecker ziehen und auch die Kondensatoren entladen. Ich weiß, wer auch, wie ist mein Schwerer hack ge&gältiger. Vielen Dank.